Hi Leute, ich bin's. Hier sind wir wieder bei Wie bist du heute zur Schule gekommen? Heute fragen wir mal Adam, wie der Schulweg war. Hey Adam, was geht? Hat deine Mutter dich heute zur Schule gefahren? Krasses Bike, man. Damit fährst du jeden Tag zur Schule? Ich feier dich, Adam, echt. Und was machst du, wenn es regnet? Na klar, die Öffis. Man muss also gar nicht mit Mama-Taxi in die Schule. So sieht's aus, Digga. Safe. Und wie kommt ihr zur Schule, ohne jedes Mal mit dem Auto von euren Eltern zu kommen? Organisiert euch doch mal einen Lauf zusammen zur Schule. Müsst ihr nur noch verabreden, wer wen abholt. Yo!